Früher waren wir nix, aber guck mal wir sind heute KINGS Jo Leute, was geht ab? Der KING ist hier wieder für euch am Start. Heute gibt es ein kleines Update für euch und zwar jetzt ist eine Woche rum. Hier ist absolut nix passiert. Gar nix. Wie ihr hört, der Halle ist auch immer noch da. Und ja, warum ist hier nix passiert? Keine Zeit, keine Lust. Ihr kennt das ja. Ja. So, was machen wir heute? Heute machen wir nicht viel. Ich hab zwei Poster besorgt, zeig ich euch mal kurz. Die hängen wir auf, dann gehen wir wieder nach Hause. Und ab da, das ist viel zu riesig. Einmal Pikachu, der auch immer dünner wird irgendwie. Früher war Pikachu voll dick, Freunde. Weil es ist ja voll dünn. Hat ein bisschen Diät gemacht. Jetzt kommt der beste Booster. Ich glaub, das ist aber auch, wenn ich mich nicht ganz irre, ist das ein bisschen kleiner. Und ja, aber geht da noch ab. Freunde, ich hab mein Macbook wieder zurückgegeben. Deswegen hab ich noch weniger Lust, ein Video zu machen. Ja, warum hab ich da zurückgegeben? Da war mir einfach, da war mir einfach zu lange los. Also, ich find schneller das, da bestell ich noch mal am Internet. Weil, äh, bei Media Marks Natur und so sind die einfach viel teurer. Hab ich keinen Bock, den unnötig Geld in den Arsch zu schieben. Ich find nix und wieder nix. Und einmal dieses Booster haben wir, Freunde. Der ist doch richtig nice, oder? Auch wenn ich enttäuscht von dem Spiel bin. Also, nicht von dem Spiel selber, aber von den Servern und so. Grafik ist auch voll für den Arsch, find ich. Vielleicht wollen die auch einen dazu drängen, die neue Xbox zu kaufen. Keine Ahnung. So, Freunde. Genug Pappel, da packen wir mal. Oh, die Uhr geht hier noch falsch. Wie lange war ich schon nicht mehr hier? Sehr heftig. Ich würd sagen, wir hängen die Poster auf. Eigentlich würde ich den Bilderrahmen aufhängen, aber Bilderrahmen kostet Geld. Und Geld hab ich nicht. Ich bin arm. Ich brauch Macbooks und keine Bilderrahmen. Und ja, würd ich sagen, hängen wir ein Bild auf und Bild. Ich bin so dumm. Recht behindert. Eben muss ich jetzt mal die ganze Unordnung von meinem Bruder hier wegmachen. Macht die eine Unordnung. So, würd ich sagen, hängen wir die Poster auf. So, Freunde. Die Poster hängen. Eben hat schon das Gefühl, die wollen sich gar nicht aufhängen lassen. Die rollen sich immer wieder zusammen. Guck mal hier. Die für Falten schmeißen. Voll komisch irgendwie. Hier oben. Richtig abfuck. Aber egal. Wenn ich sie jetzt erstmal so hängen, dann können sie sich erstmal ein bisschen plattlegen. Oder wie ich das auch immer sagen soll. Aber ja, ich hab auch meinen wunderschönen Acer Laptop verkauft. Aber wenn man noch kein Geld bekommen, wollt ihr? Ich hab keine Zeit, man. Gib mal. Gib mal Moneten jetzt her. Damit ich mehr in Schmeck bestellen kann. Deswegen schneide ich jetzt schnell noch hier das Video. Deswegen auch noch ganz kurz. Ich hab auch 5 Minuten Zeit nehmen, um einen Fundnate zu machen. Dann noch hochladen. Ja, dann wird ich den Laptop zurückgesetzt. Dann hoffe ich mal, dass heute Abend Geld drauf ist von der Frau. Und dann schicke ich ihn morgen weg. Und dann wird erstmal wieder ein Macbook geholt. Der letzte war schon so teuer. Und da wollte ich jetzt holen, weil es ist noch viel teurer. Deswegen dachte ich, der Laptop muss erstmal weg. Ich bin auch kein Scheich. Und ich kacke auch kein Geld. Ja, Freunde. Dann geht's gleich noch ins Training. Bisschen für die Gains machen. Freunde. Die Wand, ne? Ist jetzt schon über eine Woche her. Und man riecht die Farbe hier immer noch. Voll egal. Faktisch war da aufzuriechen. Stinkt voll. Ehe voll die komische Farbe gewesen. Und ja, dann ab nächster Woche kommt jetzt nochmal eine coole Challenge oder so. Damit ich meinen Bruder nochmal ein bisschen rasieren kann. So rasieren wäre auch mal eine coole Strafe oder einfach mal so eine Klatze schneiden. So richtig mit Nassrasierer schön eine Klatze machen. Was haltet ihr von? Ne, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es rein, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch heute noch ein bisschen auf den Sack gehen. Und sehen wir uns wieder in aller Frische. Haut rein, Freunde. Freunde, 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 Peace. Nein, wie gesagt, ja. Yo, Leute, Double Peace. Nein, haut rein. Schönen Tag euch.